Hallo Leute, ich bin Lu und heute habe ich eine richtige Rauchbombe für euch. Endlich komme ich mal wieder dazu, euch einen Octomor vorzustellen. Octomor gehört zur Heavily Peated Reihe von Brook Ladditch und seit knapp 125 Jahren steht die Lady Distille auf der Insel Isla. Und die Brennerei war zwischen 1995 und 2001 geschlossen. Gehört heute zum Remis au Contreux, einem französischen Spiritus in Unternehmen. Und unser Octomor, Heavily Peated, hat 208 ppm, 58,5%, ist 5 Jahre alt, ist nur mit Scottish Barley gemacht und ist Nummer 07.2. Inzwischen ist ja sogar schon Variante 10 rausgekommen vom Octomor. Ich glaube, ich habe einen 8er schon mal für euch verkostet. Und generell ging es immer erstmal darum, mehr ppm, mehr ppm. Und ich glaube, der höchste hat 300 und ein paar zerquetschte, 95 oder so ppm. Und mit dem 10er sind sie jetzt, der ist 18 auf jeden Fall rausgekommen im Oktober. Und mit dem sind sie jetzt in der ppm-Zahl wieder zurückgegangen. Finde ich super interessant von der Entwicklung. Octomor relativ jung, super preisintensiv, also niemals unter 100 Euro. Der hier auch 100 bis 200 Euro etwa. Und relativ jung. Und meine erste Erfahrung mit Octomor war so, oh, ich probiere mal so richtig. Heftig rauche ich. Und am Ende war der so perfekt in sich. Intensiv vom Rauch, ja. Aber wir haben jetzt letztens auf der Messe, um das mal vielleicht deutlich zu machen, einen Octomor gehabt, den 10er. Und einen Pod Charlotte in der Fassstärke. Und Pod Charlotte ist ja die leichter gepietete Variante von Lady. Und der Octomor hatte mehr Alkoholgehalt und mehr ppm. War jünger und trotzdem der rundere, angenehmer, zu trinkendere Whisky. Also, ihr seht, ich halte relativ viel von Octomor. Auch wenn ich gar nicht sage, ja, der ist so super krass rauchig. Das ist nicht der rauchigste Whisky, den ich bisher getrunken habe. Also den hier habe ich ja noch nicht probiert. Das ist nicht der rauchigste Whisky, den ich bisher getrunken habe von der Intensität. Aber er ist super gut eingebunden. Und das verdeutlicht finde ich auch, dass eine ppm Zahl nicht alles ist. Jag mal 208 ppm gepietetes Barley Mesh durch die Glenmorangie Stills. Die sind super schlank, super hoch. Da weißt du auch nicht, ob am Ende noch 208 ppm im Glas ankommen. Aber er beißt schon so in die Nase. So wie bei anderen, dass wir hier so ein Nischel rein und durch die Nase atmen. Schwierig. Ein bisschen bissig ist er schon. Aber sehr torfig eher. Eher torfig als rauchig. Also eher was Erdiges. Angenehme Süße, so eine Holzsüße. Ich finde, da kommt so ein bisschen das Syrah-Fass raus. Er hat im Ex-Burbenfass und im Französischen Syrah-Rotweinfass gelegen. Syrah ist für mich immer ein sehr intensiver, sehr trockener Wein. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich kenne mich wie gesagt mit Wein überhaupt nicht aus. Aber ich habe in Erinnerung, dass das was relativ Trockenes ist. Ich kann mich auch total irren. Nicht so schlimm. Aber ich habe so richtig erdig, fast so schon muffig und dann diese Süße obendrauf gepackt. Auch was würzig, so ein bisschen Maritimes mit drin. Aber nur ganz dezent und mehr Verräter von der Nase her nicht. Ich finde, da ist er schon sehr zwickt da oben rein. Ich probiere ihn jetzt einfach mal. Also ich habe in Erinnerung, dass Oktober relativ weich und perfekt vom Geschmack her ist. Mal gucken, ob das bei dem auch so ist. Oh, also Einatmen ist echt schwer danach. Uh. Wow. Also ja, ist nichts zum Hinterkippen. Ein Schluck ist schon echt anstrengend. Das ist schon echt Arbeit. Der hat kurz zusammengefasst, was ich noch im Kopf habe. Holzig, süß, bärig. Was total Erdiges. Richtig, richtig erdig. Dann, was hatte der noch? Leichte Rauchnote. Am Anfang wirklich, also im Mund sehr angenehm, sehr süß. Und der Rauch kommt halt so hinten raus erst und macht dir das Atmen richtig schwer. Du merkst richtig, wie der sich so wie so ein Kloß durch die Speiseröhre nach unten drückt. Huh. Und hinten raus liegt mir ein Geschmack auf der Zunge, der mich so ein bisschen an Salamirauch erinnert. Also so was Würziges und so ein bisschen, kennt ihr, so eine richtige trockene Räuchersalami. Na, die Ohr bestätigt's. So riecht der für mich. Äh, riecht, sag ich schon. So schmeckt der für mich hinten raus auf der Zunge. Am Anfang ist es fast wie ein Sherry. So holzig. Super fruchtig. Angenehm süß. Und dann kommt der Rauch. Jetzt der zweite Schluck war schon angenehmer. Aber er brennt nicht. Er ist total ölig, er geht überall hin. Und man merkt, er ist super stark, aber der verbrennt einem nicht die Zunge. Er wird auch nicht so Öh, Ethanol, gar nicht. Einfach auch sanft und trotzdem hart, so Zuckerbrot und Peitsche. Ähm. Und der Rauch ist schon fast bitter. Erdig bitter, also eher Torf, weniger Rauch, aber so ein bisschen holziges Lagerfeuer, Toast in die Richtung, ähm, hat er mit drin. Der ist auch super warm im Mund einfach. Huch, da wird mir persönlich gleich warm. Ähm. Ich finde ihn nicht ganz so perfekt wie den 8er Oktumor. Hat irgendwas, dieses Bittere. Dieses Bittere stört mich persönlich ein bisschen, aber ich bin, wie gesagt, kennt ihr ja inzwischen überhaupt kein Fan von bitteren Geschmäcken. Geschmäckern. Geschmack. Whatever. Ähm. Das stört mich so ein bisschen an dem 7er. Leider. Aber ansonsten perfekter Whisky. Rund, weich, kräftig intensiv, trotzdem nicht so und du bist K.O. Es ist kein K.O. Schlag. Es ist heftig, wuchtig, aber trotzdem irgendwie so wie so eine dicke gepuderte barocke Dame so ein bisschen, ne. Ähm, wow. Aber absolut preislich. Nicht meine Dimension leider. Äh, ja. Das macht so einen kleinen Knick da drin in der ganzen Geschichte, aber geschmacklich gebe ich ihm trotzdem 7 Punkte. Auf jeden Fall hat mich wieder total beeindruckt als Octomor. Ist nicht mein Lieblings-Octomor auf keinen Fall. Ähm. Und wesentlich weniger einfach nur rauchpflasternd, als man annimmt durch die PPM-Zahl. Ich muss sagen, wer richtig Asche und Teer will, dem würde ich einen Big Strand empfehlen. Betonierte Zunge, sag ich nur. Ähm. Der ist wirklich rauchig, intensiv, kräftig, aber trotzdem sanft, leicht, super angenehm. Äh. Finde ich sehr nett. Was haltet ihr von Octomor? Was haltet ihr von hohen PPM-Zahlen? Ähm. Was würdet ihr gerne mal für Experimente trinken? Habt ihr einen Vorschlag für mich, was ich mal so ganz Besonderes an Whisky probieren soll? Einen bestimmten, etwas Deutsches, etwas total Abgefahrenes wie den Fisky. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dieser Fisch-Whisky. Äh. Wenn ihr Lust habt, dass ich mal sowas Gruseliges probiere, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt, was mich erwartet. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Slanji! Und damit ihr auch ja kein Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut noch mal auf meinem Blog vorbei, da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.